Ein Ziel. Direkt voraus. Mir folgen. Verstanden, Commander. Mütter aufs Bericht! Vorsicht, Commander. Einzelziel auf dem Weg voraus. Ich sehe zwei Stoßtrupps. Einen am Bunker, der andere patrouilliert am gefallenen Kampfläufer. Unter Arbeit, Agent. Wir übernehmen. Was dauert da so lang? Die Hydraulik ist kaputt. Die Explosion hat alles dichtgemacht. Kriegst du's auf? Ich glaub schon. Es ist vorbei. Bunker gesichert. Sprechen. Woah! Bunu noch elf? Diese Seite sind ein 손zi surgeon. Sie estão auf dem Weg position. Jetzt kommen wir nicht weiter. Verfangenanalyse. Commander, Rebellenverstärkung nähert sich. Feuer frei. Alle Ziele neutralisiert. Ja, Commander. Verstanden. Verstanden. Das war's. Sammeln und bereit machen zum abrücken. Los, sammeln! Für sichert. Okay. Das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur Thai-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mann aus. Das ist unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los! Wir folgen, Commander. Wir müssen zu Plattform 4 und diese Thai-Jäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zur Corvus. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Commander. Agent Haas, Kontakt zur Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, Commander. Stell es jetzt durch. Admiral, der Entferner-Trupp verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Herr. Wir melden uns, wenn wir die Corvus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen, meinst du da? Nein, dahinter steckt mehr. Die Rebellen waren in Unterzahl unschlecht beworben. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschädt. Und wir haben den Preis dafür bezahlt. Vorsicht, Commander. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Miko. Wir kümmern uns darauf. Ich hab Sichtkontakt zur Patrouille. Wir sollen uns in Darum legen, was wir stehen. Ganz ruhig, Agent. Sie warten auf den Feuer. Das ist doch gar nicht glauben. Was Zeit? Das tut wirklich vorbei? Wenn es so leicht wäre, hätte das Imperium Javin 4 nicht überstanden. Aber trotzdem wimmelt es auf diesem Mond von Ihnen. Es ist noch nicht vorbei. Feuer! Schalten Sie auf! Feind neutralisiert. Sie haben es verliebt. Commander, da ist ein Rebellen-Hinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was Sie tun können. Die Rebellen haben Sie eingekesselt. Wir müssen unseren Truppler helfen. Los! Stellung, Heizung, Feuer, abhieler! Inferno-Trupp! Das Imperium evakuiert, Endor. Drängt die Rebellen zurück. Verstanden, Commander. Wir sind dabei! Was ist sie? Die Rebellen-Hinterhaltung. Verstehen Sie gleich. Beleitung, hol preis! Wir sind nicht mehr lange hier. Das waren alle. Wir müssen weiter. Wir hatten nicht mit Spezialeinheiten gerechnet. So soll sein, Sergeant. Dennoch stehen wir in Ihrer Schuld, Commander. Wir müssen nicht ausstehen. Wir haben die Funktion. Bei Wettbewerb verloren. Bereit machen, Hask. Attacke! Ziele! Offizier voraus! Offizier voraus! Sie nicht vergessen! Geht her! Suche nach Gegend! Nei! Mike! Wir sind fertig. Agent Mikro, wie ist Ihre Position? Ich bin mit einem Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Hask, bevor wir vorrücken. Auf dem Weg. Agent Mikro, Lagebericht. Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Wird ein harter Kampf, das Ding zurückzuerobern. Sie scheinen bereit zu sein. Truppler, wir holen die Plattform zurück und evakuieren den Mond. Und dann lassen wir die Rebellen bezahlen. Ja, Commander. Wir sind dabei. Für das Imperium! Scannen. Feuer frei! Wir haben einen Läufer! Runter! Commander, die Rebellen haben ein ATS-Team. Die Panzerung ist zu stark für Blaster. Die Panzerung ist zu stark für Blaster. Wo ist der Rest? Schau! Ja! Geht! Ah! Ach! Schrauben! Wir haben das Schweres beschrieben! Feuer, Herr Peter! Blätter Sie! Schrauben! 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 Scoutläufer am Boden. Wiederhole. AT-ST am Boden. Trotz überlegener Feuerkraft, hat die Newellen keine Chance auf den Sieg. Gefahrenanalyse. Rebellen neutralisiert. Die Plattform gehört uns. Zu den letzten. Wir treffen uns oben bei den Thai-Jägern. Ja, Ma'am. Verstanden. Kommander, Kontakt auf der Plattform. Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schaltet sie aus und sichert die Thai-Jäger für unsere Flucht. Unter Feuerschutz abrücken. Ich freue mich drauf. Vorrück! Feindliche Truppen! Ab in den Taider. Traum zu bereit machen. Ja, Commander. Feindliche Späne waffen! So werden sie drauf! Die Flucht! 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 Agent Miko! Das ist Ihr Thai-Jäger! Ich gebe in Leckung, Commander! Gehen Sie! Nein! Gehen Sie! Ich gehe als letzte! peak! Gehen Sie! Die Flucht! Die Flucht! Die Flucht! Ich komme ganz flexuell! Der Flucht! Ich bee추ke mich Sie! 全部 Healthcare-Jäger. Ja, gesichert. Wir sehen uns oben. Der Admiral hat Inferno gegründet, damit sowas nicht wieder passiert. Ich weiß. Und jetzt ist nur noch das davon übrig. Diese Zerstörung ist das wahre Gesicht der Rebellion. Deswegen kämpfen wir schon so lang. Wir wollten ihnen Angst machen, aber sie sind nun wütend. Es heißt, Rebellion fußen ausschließlich auf Hass. Das habe ich nie bezweifelt. Wie sollen wir dagegen kämpfen? Das Imperium wird sich anpassen, so wie nach dem ersten Todesstern. Falls nicht, sterben wir. Diese Zerstörung ist das wahre Gesicht der Rebellion. Deswegen kämpfen wir schon so lang. Wir wollten ihnen Angst machen, aber sie sind nun wütend. Es heißt, Rebellionen fußen ausschließlich auf Hass. Das habe ich nie bezweifelt. Wie sollen wir dagegen kämpfen? Das Imperium wird sich anpassen, so wie nach dem ersten Todesstern. Falls nicht, sterben wir. Kommander, wir haben ein Problem. Was gibt's, Hask? Die Explosion des Todessterns hat die Corbus beschädigt. Triebwerke ausgefangen. Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Caudi-Nappen. Kommander, ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen oder wurden zerstört. Und der Sternenzerstörer des Admirals? Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Corbus. Anscheinend ist die voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hask nicht allein auf der Corbus. Vielleicht schaffen wir es doch noch lebend hier raus. Agent Hask, wir nähern uns der Corbus. Wie ist der Status der Triebwerke? Millionen Injektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Kommander, Jäger im Anflug. Und Bomber, die Corbus beschützen. Sie hat keine Schilde. Der ist erledigt. Der Abschuss geht an dich. Die Bomber starten ihren Angriff. Kurter Schuss. Hask, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten. Aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommt Zeit. Nico, wir schalten die Bomber aus. Jäger zerstört. Triebwerke fast bereit, Commander. Auf meinem Scanner sitzen noch mehr Bomber. Direkter Trenzer. Nicht schlecht. Der Abschuss geht an dich. Die Triebwerke laufen jetzt, Commander. Perfektes Timing. Agent Miko zu Corbus. Ich bin direkt hinter Ihnen. Commander Versio, befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug und kommen Sie dann auf die Schnitter. Sir? Geheimbefehle, Commander. Ich weise Sie persönlich ein. Ja, Admiral. Inferno-Truppen. Der Admiral und ich stoßen später dazu. Verstanden, Commander. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stil ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle Ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. Eine, die ich mit meiner Tochter teile. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. werden. Herr, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Wir sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind doch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Hask, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Kommando, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Achtung, Achtung! Der Weltschiff in Rauch und Fondor! Was ist der Plan, Commander? Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. Die Satelliten wurden gesichert.